Hallo hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobby-Kompanie aus Quickborn. Neuer Katalog, da gibt es natürlich auch ganz viele neue Farben, ihr wisst es schon. Ich hatte mir ausgedacht für alle Kunden im Juni, die bei mir über 100 Euro bestellen, also Bestellwert über 100 Euro, bekommen von mir Farbmuster von jeder Farbe, also unseren Farbkarton. Und ja, der ist natürlich nicht von Stampin' Up fertig geschnitten, sondern das mache ich alles selber und ja, in mühevoller Kleidermund. Denn ja, okay, ich schneide alles von Hand. Okay, also das heißt, ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht. Die kleinen Farbmuster zu schneiden. ... ... Wasser Untertitelung. BR 2018 So, wenn dann alle Papiere fertig geschnitten sind, dann loche ich sie alle und ziehe sie auf so eine Buchklammer, sodass dann so ein Farbfächer entsteht, wo du hoffentlich immer gut sehen kannst, wie die Farben aussehen, wie sie zusammenwirken. Du kannst dir selber zusammenstellen, also dass du immer die Grüntöne und die Rottöne zusammengibst oder halt nach Farbfamilien. Ich habe es jetzt einfach nach Farbfamilien sortiert und mach das so, wie du möchtest. Ich habe auch noch dazu alle Farben aufgelistet. Du kannst, wenn du Lust hast, sie dir ausschneiden und vielleicht hier auf den Rand kleben, wie du das gerade möchtest. Wenn du an meiner Sammelbestellung teilnimmst, bekommst du die hier schon so fertig auf dieser Buchschraube. Wenn du eine Einzelbestellung machst, schicke ich dir das extra zu. Dann musst du das nur nochmal selber auf diese Buchschraube draufgeben. Die liegt dabei und ich denke, das ist auch okay. Also das schicke ich dir dann, wie gesagt, auch nochmal extra zu. Sonst liegt es in der Sammelbestellung. Das ist mein Goodie für den Juni. Und falls du eine kleinere Bestellung hast, ab 60 Euro bekommst du die neuen Farben. Auch die habe ich zusammengestellt. Das sind dann ein paar weniger, aber auch die kannst du dann super dir angucken. Und ja, ich glaube, das ist eine tolle Hilfe. Also einfach nochmal dran denken für den Juni. Das ist mein Goodie für die Bestellung. Und ich sage Tschüss aus Quickborn.